Oh, mein Falsschloch vergessen aufzumachen. Scheiße. Eine Schildplatte fehlt mir auch schon wieder. Alles bestens. Jo, jo, jo. Raus mit dir. Du Vollpfosten. Spring mal dahinter. Kommt ja einer mit. Doch, da. Oh, mein Falsschloch vergessen aufzumachen. Scheiße. Das ist es. Ja, das vergesse ich jedes Mal. Wenn du den scheiß Fallschirm schon mal geöffnet hast, dann öffnet er sich nicht nochmal von selbst. Oh, Pistole. Oh, oh. Ich mag das nicht so. Ja, glaube ich auch. So, aber jetzt, jetzt ziehe ich den Fallschirm. So, wie es sich gehört. Kommt. Oh, ja, sehr gut. Oh, und Schildi. Sehr schön. Oh, da kommt er geflogen. Da ist doch bei mir gelandet auf dem Dach. Nee, ich lasse das mit der Ausrüstungslieferung. Also, ich habe relativ gute Waffen jetzt. Kann mich da nicht beklagen. Bevor ich hier noch aufs Maul kriege und den Deiger liege. War ja schon mal im Gulag. Euch zu blöd war, den Fallschirm aufzuziehen. Da habe ich also keine Chance mehr. Da hat mich letztens einer abgeknallt. Genau da. Hier. Durch die Mauer durch. Als ich vom Gas fliehen wollte. Und der hat das schamlos ausgenutzt. Oh, sieht doch gut aus, die Position. Drei Ersatzplatten. Alter, was war das denn? Das war doch ein Schuss dort an das Ding, oder? An die Tür. Ist da irgendwo ein Sniper da drüben, der mich hier sieht? Das mit den Flugzeugen habe ich auch noch nicht kapiert, was das sein soll. Hi, Geodax, grüß dich. Moin, wie geht's dir? Mann, ja, schon eine Ewigkeit nicht mehr gesehen. Aber ich muss ja zugeben, ich habe ja auch relativ selten gestreamt in letzter Zeit. Ja, sagen wir mal so, kein Corona. Von daher alles bestens. Und bei dir gesundheitlich auch alles okay. Dann hoffe ich, dass das auch so bleibt. So ein Dreck, Alter. Das ist ja Wahnsinn. Das hätte ich ja nie gedacht, dass das solche Ausmasse annimmt. Also ich muss sagen, bis jetzt, seit zwei Jahren oder so, habe ich schon keine Erkältung mehr gehabt. Was erstaunlich war, weil ich ja im letzten Jahr nicht eine Minute Sport getrieben habe. Aber dafür habe ich mich mit Zitronen vollgestopft. Ja, stimmt. Oh Mann. Das ist ja echt kacke, Mann. Mist, da war einer. Ich sag's doch. Da war einer. So, leg dich mal hin, ja. Ich stopf dir mal eine Platte rein. Ja. Oh. Nein. Was ist denn? War das? Oh. Oh. Oh ich dachte, da steht einer. Der hat irgendwo vom Dach geschossen oder was? Ein Dachgeschoss, im wahrsten Sinne des Wortes. Vor allen Dingen, ich dachte am Anfang immer, das ist ein Witz mit dem Klopapier. Aber letztens war ich in der Kaufhalle. Und da gab es keins. Das dumme Schwein sitzt immer noch da. Ich weiß nicht mal, von wo er geschossen hat. Aber wenigstens habe ich hier schöne offene Flächen. Berghoch. Eine Schildplatte fehlt mir auch schon wieder. Alles bestens. Kleine Schildplatten. Kleine Schildplatten. Oh, Schildplatte. Danke. Ich dachte, ich hätte Schritte gehört. Habe ich auch. Da hat mir zwar noch Schildies gegeben und eine bessere Waffe. Da sage ich nicht nein. Junge. Ich bin wieder schön mit Schildies ausgerüstet. Ey. Er hat was von aufhören gesagt. 5 Kills. 15 Leute noch. Das kommt näher. Neue Sicherheitszone wird markiert. Einen Stim habe ich noch. Jetzt muss ich die Nerven behalten. Dann könnte es vielleicht klappen. Ich habe halt irgendwie eine Kackposition. Ich rufe. Ich rufe. Ich rufe. Oh, mein Ausrüstungslieferung steht sogar hier. Oh, mein Ausrüstungslieferung steht sogar hier. Jetzt muss ich gucken, sonst bin ich immer vorgestürmt, wie blöd man. Okay. Okay, das war gut. Scheißposition. Hier ist noch einer. Okay. 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 Ein Mist!